hallo meine lieben und schön dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen video mit mir hier schon die überschrift gelesen habe zeige ich euch heute alle meine ganzen asiatischen steckprojekte eigentlich nur dein peinning zeigen aber da habe ich bloß eins bei anime denke ich auch an asiatisch weil es ja aus japan kommt ich zeige euch erstmal asiatische und bei deinem habe ich bloß diesen drachen von shihos reißende zauberland also das bild heißt zwar pink dragon aber es sieht halt aus wie der drach von shihos reißende zauberland ob ich das mal zeige weiß ich nicht ich zeige euch auch mal die ganzen steckprojekte ja ich habe schon mal ausgesucht und ja die meisten also eigentlich alle die schafe sind eigentlich nur gedruckt keins mit gezählten stoff und zwar einmal diese gehächer schön die habe ich mir glaube ich mal bei aliexpress gekauft hier sind die ganzen garne also sehr viele farben insgesamt hat das bild glaube ich 35 farben ja hier sind noch die rest garne habe ich auch noch nicht also hier habe ich noch nicht dran gesteckt ich glaube ich mal als unboxing glaube ich mal gehabt und habe glaube ich nur mal angesteckt glaube ich zumindest sehr großes bild und habe ich doch 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 also hier ist das große bild das ist mit 14 count und 58 x 78 cm groß also stiche sind dann 275 x 385 ich habe mal hier ein stückchen mit euch gesteckt glaube ich sind ewig her also mitten beim beim kinn ist das gerade ja mal gucken wann ich das mal weiter machen ja dauert halt aber der stoff ist schön weich sagt elf count das ist der stoff dann nicht ganz so fest als mit elf count ja das war das erste dann habe ich dieses bild sehen könnt steht gerade nicht so scharf das hier habe ich die schon mal auf diese garnhalter die ich sind ganz billig sind jetzt meistens 10 oder 20 gepackt ja die ganzen garne die farben hat das also ist bei ja das ist elf count und hat 28 farben ja die alleine ist sehr klein aber das bedruckter stoff ist macht das nix ja hatte ich ganz im grund und auch sehr großes bild ein wirklich sehr großes bild mit bedruckten stoff ich weiß nicht mehr dass ich glaube es war auch mal eine kooperation und hatte ich ja auch schon gesteckt genau hier habe ich mal in dem gesicht mal angesteckt also man kann alles gut erkennen gucken wenn ich da weiter stecke also sagt es zwar elf count der stoff ist ein bisschen härter aber ansonsten ja das bild ist 57 57 x 57 cm genau 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 ja ich glaube es war mal hier wie kostet war das glaube ich mal weil wird 45 steht hier habe ich auch schon die ganze weile da aber ja was eben das kommt denke ich mal gut raus wenn muss man mal zu ende steckt aber das ist alles nur ein angesteckt mal und naja war ja mal eine gute idee mal alles zeigen das haben die du musst dich freuen was ich so da habe da ist natürlich auch sehr schön du machst ja nur überwiegend mit gezählten stoff ich habe meistens drucken stoff ja es geht mir meistens schneller anhand als wenn ich zählen würde dann habe ich dieses wunderschöne bilder ja auch sehr schön aus dachte ich eigentlich war ganz goldfäden dabei aber das ist das gelb also diese gelb türen hier gibt es jetzt einmal noch nicht also viel rot ist dabei ist klar weil der hintergrund ist ja übrigen tot das habe ich glaube ich auch eine kooperation ich weiß es nicht mehr ich glaube es geht auch von vip kostet ja das bild hat 34 farben genau ja das bild ist 50 x 65 11 count und hat 173 x 235 stiche genau das sieht so schön aus ja genau sehr schöne farben also sehr viel bunt überwiegend teils sagt ich dachte einfach ein goldfäden dabei aber das sind halt nur solche farben ja ich könnte zwar noch goldfäden reinstecken weil es wird aber auch cool auskommen wenn das alles im haar hat und so und in die brosche von ihrem gewand dann auch goldfäden werden ob ich es mache weiß ich noch nicht so hier ist das schöne stück hatte ich unten mal schon angesteckt das kommt denke ich auch gut raus sagt sehr viel rot ja unten hat schon mal bitte gesteckt mal ein bisschen mit euch mit ohne euch oder nur ohne euch weiß ich weiß nicht aber es ist schon ewig her soweit bin ich jetzt schon gekommen ja genau ja ja aber an sich brauche ich weil er sagt das gelb sieht wirklich ein bisschen aus wie gold finde ich na also wir sehen könnt sehr schönes bild ja ich hab erst mal gesagt wo ich alle rausgesucht habe erst mal gesehen was denn alles für schöne projekte da habe ja erinnert sich manchmal gar nicht dran wenn man alles gesammelt und dann zu abend habe ich ja auch noch und das habe ich noch und dann das halt so ist so hab schon jetzt das das wird hier reingetan ach Mensch das war mir gefallen so da ist das gute stück so dann habe ich hier was ganz kleines das traut mich immer noch nicht richtig rein das zu stecken eigentlich so aussehen das ist wie so ein buch leszeichen denke ich mal wieder sehr schön aus aber ich bin mal sicher wie ich das mache nämlich so ein stoff hier da ist es aufgedruckt sehen könnt dass er druck drauf und man müsste erst das hier drauflegen dann halt das grüne rum stecken also so wie das jetzt hier aussieht und dann den rest so stecken aber ich habe mich noch nicht getraut ich bin mir nicht sicher ob ich es überhaupt mal mache ich habe da schon mal eine kooperation aber naja hier haben wir halt sehr dünne nadel und nadefeder dann ist halt dieser anleger noch dabei ja hier sind da die garne sind acht farben vielleicht tue es auch mal verlosen wenn ich die ocken mal verlosen mache tue es vielleicht mal verlosen mal sehen ich weiß es noch nicht weil ich denke mal glaube ich glaube nicht dass ich es dann mal stücken werde bin ich jetzt unsicher weil das kein normales kreuz ist es immer noch nicht zugetraut habe so dann habe ich eigentlich dieses hier habe ich ja was ihr erinnern könnt hier hinten wo es meine kaya ist ein daimpenny gab es ja dasselbe aber wir verstehen könnte hier sind keine fehlen trelle hier habe ich glaube entweder mal so oder ab wie auch wo keine ahnung da ich nicht wusste was man mit silk gar nicht meint und es gefällt mir überhaupt nicht also wenn ich das mal stücke sagt das ist 14 count 14 count glaube ich ich denke mal dass es 14 count ist ja so ist es 14 count ja ein sehr großes bild das ist 58 x 78 cm wie viele stiche sind weiß ich nicht jetzt haben 270 x 380 stiche wenn man halt die legenda hier oben sieht ist ja immer so bedruckt wenn man meist von der anleitung dann weiß wo es lang geht also von der anleitung ist sehr pixelisch aber sehr viel konfetti drin und ich zeige euch mal kurz was ich mit silk garn meine und zwar das sehen könnt das ist sehr glänzendes garn das gefällt mir überhaupt nicht weil die fäden die franzen gerne mal aus und ja also es sind sehr glatte fäden kannst du gerade zeigen weil ich weiß ob ich überhaupt noch irgendwo ja wenn ich das auch mal stecken werde werde ich das alles auftrennen was ich unten angefangen habe und werde da einfach normales gar nehmen ich muss natürlich dann halt bestellen jetzt sind die farben die ich dann noch brauche ich tue alles zurück sortieren was dann übisch bleibt oder an sich hatte ich auch mal solche fäden gehabt das bild hat 37 farben genau ich hätte auch noch andere gehabt von der sorte hier habe ich alle dann bei ip verkauft weil ja ich war alle express bestellt und ja wo es dann ankommt sind zwar sehr schöne motive aber das gar nicht gefällt mir gar nicht ich wollte ich glaube ich darf nur zurückschicken keine ahnung das war ich weiß ich nicht mehr naja andere haben sich dann gefreut ich hoffe die konnte sich dann daran erfreuen dann wir sind gar nicht erst gar nicht vorstellen ich hätte vielleicht auch mal eins bestellen sollen und naja wie es manchmal so ist so das kommt auch noch hier rein ja das kommen wir zum nächsten das war auch mal eine kooperation und zwar geht es um dieses motiv das ist auch sehr schön aber dann glaube ich dann muss ich auch wieder was aufzunehmen trennen wenn ich es mal weitermache also nicht allzu groß das ist bloß außer 14 count und 28 x 28 cm also ein kleines motiv ich weiß gar nicht ob das so sieht man es nach also sagt ich habe hier unten schon mal angefangen das ist sehr viel aber sehr viel aber ähm muss ich glaube ich noch mal aufdrehen was sich alles hier gesteckt hat also viel ist es nicht denn das sind sehr viele ähm andere stiche ähm da habe ich es ich muss noch mal gucken wenn das mal weiter stecke denn hier sind ganz viele andere stiche noch dabei und zwar also die anleitung ist schon mal gut man kann alles gut erkennen ähm das bild hat 43 farben ich guck nochmal wenn ich frisch geguckt habe hat das 43 farben ähm oder 54 farben 54 farben 54 farben 54 farben ein paar doppelte fäden das sind bloß halbe stiche also halbe stiche sind dabei genau und backstitch war noch was anderes dabei nein genau also steht hier auf full stich ja und dann gibt es hier noch halbe stiche und ich habe da einfach drauf losgestickt und ähm ich habe das gar nicht erst beachtet was denn halbe und ja ganze kreuzstiche sind also ich denke mal ich werde das alles noch mal auftrennen wenn man dann das gar ausgeht muss man dann halt neues kaufen aber ja und sieht sich das schon sehr konfettilastig ne wie ihr sehen könnt sehr bunt ja das könnt ihr eigentlich auch wieder weiter stecken mal sehen ja ne ist auch sehr schön das war das auch sehr schöne bunte farben ach so hier haben wir einmal das das sind ja zwei Garnräume sehe ich gerade und hier ist das runtergefallen also sehr bunt genau 1 bis 30 und hier ist dann 31 bis 54 genau ja sonst geht es ja meistens auf solchen ähm Pappkarten die mag ich eigentlich nicht so außer bei so kleinen Projekten in der Natur stehe ich nicht unbedingt jetzt umdingsen auf ähm diese Plastikhalter die ich gerade eben schon gezeigt hatte es gibt auch ganz viele andere aber bei etwas größeren Projekten weiß ich äh manche tun es halt nur ein bisschen was drauf machen die Händler und den Rest lassen sie auch docken aber man weiß noch so viel drauf gewesen und wenn man es dann raus zieht den Faden dann habe ich schon mal das die Papp links halt ja eingerissen genau deswegen mag der größeren halt die Garnhalter tue ich das umdingsen und außer bei solchen Kleidprojekten also ob ich das hier mit einer weitermachen auch als Plastikhalter mache weiß man nicht aber ist so schön ne südasiatisch so kommen wir zum nächsten das haben wir hier genau das da habe ich mit euch glaube ich mal angefangen bis dann hieß das ist dann irgendwo geklaut vom Motiv her weil das gab es schon immer woanders irgendwie und guck mal kurz wo steht es hier genau hier ist das schöne Stück das ist eigentlich auch so schön mit der Maske und dieser Geisha oder was das ist genau mit Kimono sehr schön also ich werde es auch immer ohne was machen weil es dann überall irgendwo gab das Bild also all so viel habe ich auch noch nicht dran gesteckt nur ein bisschen aber vor also wenn das Video auch noch kommt das ist Donnerstag oder Freitag und am Dienstag habe ich ein bisschen weiter gesteckt weil ich dachte oh ja das ist schön und ja so viel bin ich jetzt auch nicht weiter gekommen bin ich jetzt noch dort warte mal das sieht man mal durch genau so weit bin ich gerade mal gekommen da drüben habe ich dann noch neun Farben dran gemacht ja das ist auch 14 Count hat 39 Farben ja aber das mache ich ohne euch mal weiter auf alle Fälle aber das ist auch sehr schönes Bild ne wunderschön ja das habe ich zum Beispiel auf Gartenhalter gemacht also gestern war es noch also wo ich das Dienstag weiter gemacht habe war das noch auf diesen Pappdingern die habe ich glaube ich weggeschmissen oder wo habe ich die getan ach ne hier ja die hatte ich nämlich vorher hier drauf gehabt und die mag ich erst recht nicht wo dann hier nur so ein Schlitz ist wo das einfach noch reingehangen wurde und ich mag lieber halt Löscher ne wie es ja ihr ist der Tutsch der halt dann hier drauf so dass das hier vorne ist dieser Knubbel und dann kann ich aus diesen Fäden hier dann einfach rausziehen ne bin ich halt am besten aber solche halt wo das noch reingehangen wird das ist doof also ich schmeiße es dann weg ich wollte es einfach mal zeigen die brauche ich dann nicht mehr ja eigentlich wollte ich das hier drauf machen aber der Garnhalter hat bis 28 Löcher also für 28 Farben aber fand ich auch sehr schön das war auch mal eine Kooperation das ist ja toll das habe ich bei meinem Code benutzt der ist ja auch fertig das zeige ich euch als Ende des Monats genau ja das hatte ich gesteckt und ich brauchte halt bis Neues zu stecken deswegen werde ich das denke mal wenn ich das weiter mache das tue ich mal gleich auf den Tisch so dann habe ich ähm hatte ich nicht noch ein anderes ähm ja muss ich grad mal gucken ob ich das andere dann noch finde ja ich zeige euch auch mal das eine weil das mache ich definitiv nicht nicht weiter habt ihr schon viel krank gestrickt ist eigentlich ärgerlich aber ja und zwar handelt sich um dieses Bild das ist äh bisher jetzt ziemlich asiatisch aber Ghibli das gehört zum Anime und äh das weil er aus Japan kommt ja deswegen tue ich das mit jetzt rauf du musst jetzt auch auf den Tisch nein musst du nicht so ab ja das habe ich nämlich zweimal da einmal ähm was merkst du rum ja äh einmal in bedruckten Stoff und einmal gezählter Stoff muss ich dann mal gucken ob ich das hier auf den Tisch habe ja und zwar habe ich ähm den Hintergrund schon gesteckt ist auch ein sehr großes Bild ich dachte mir ja das fällt mir vielleicht leichter von der Hand aber ich bin mir echt noch nicht sicher ob ich das weitermache ja denn ähm die Anleitung ist so klein so man sieht die Rückstiche überhaupt nicht gut ist ja schade dass ich jetzt im Hintergrund alles schon gesteckt habe aber ich denke mal dass ich das dann die Fäden hier dran sind einfach wie abschneide und äh äh weiß ich nicht für was ich das dann noch nutze ne also sagt so rum so rum ist es genau ups so sieht es aus bis jetzt ich habe zwar schon Ohr gestickt aber ich ähm ja ich weiß es nicht also man sieht zwar auf dem Druck gut die Rückstiche aber wenn man dann die Kreuzstiche macht sieht man halt die Rückstiche nicht mehr auf dem Druck dafür brauchen wir eigentlich die Anleitung aber die ist so piepselig also ja ich glaube auch von der Kooperation keine Ahnung habe ich euch mal schon Ewigkeiten mal gezeigt aber das werde ich nicht weitermachen das hat mir dann keinen Spaß mehr gemacht und ja werde ich dann die ganzen ähm Garnere dann auch mal zurück sortieren ich glaube das äh ich lasse es erstmal hier drinnen und entweder gebe ich die meiner Freundin die auf Garnere sammelt keine Ahnung oder tut die extra sortieren ich brauche ein paar Farben ich habe jetzt nicht doppelten Treiberkäfer genau so das war erstmal das aber wo habe ich jetzt ich guck mal kurz und ich hab's schon ich hab's schon ich hab's schon vor mir das werde ich relativ weitermachen weil erstens ähm ist es bisschen kleiner und zweitens die Anleitung ist äh super gedruckt also hier ist schon mal eine größere Anleitung wie ihr sehen könnt vielleicht man kann die Rückstiche alles gut sehen und äh ist auch eine riesen Anleitung also hat die mal zusammengeklebt so sieht's aus am Ende hab natürlich kopiert und kann ich dann mal abstreiten ja vier habe ich jetzt auch noch nicht geschafft von diesem Bild ich hab grad mal das Viertelste geschafft das sagt es auf ähm gezählten Stoff und soweit bin ich mal gekommen mal gucken ob ich das dieses Jahr mal weitermache ich hab's eigentlich mein Bruder mal versprochen aber da hab ich noch keine Rückstiche und nix gemacht weil die mach ich ja eigentlich zum Schluss ja soweit bin ich schon das Viertelste hab ich geschafft und äh so groß wird's dann ja wenn man dann die andere Seite noch sieht und dann unten sieht's wirklich aus so wie ein bisschen kleines Ei aber sieht schon schön aus ja aber das war jetzt schon Fälle weitermachen das hab ich glaub ich auch mal bei AliExpress gekauft ja in der Größe ich guck mal guck's ja hier hab ich zum Beispiel alles abgezeichnet ich hab das wieder kopiert und dann konnte ich sie mal abstreichen ja und so sieht's dann am Ende aus ne so von Ghibli oder Ghibli wenn man das ausspricht ähm mehrere hier ist vielleicht Totoro hier ist Kauzi vor dann hier ist die Katze von ähm auch was mit Lieferservice war's ähm dann Prinzessin Monologa diese Maske äh das Mädchen weiß ich jetzt gar nicht ob ich den Film schon mal geguckt hab dann äh die ganze Rosemännchen dann wie ist das hier die Krinse äh Krinse Katzebus ja ich glaube das ist hier ähm Krinse Katzebus sondern ähm Katzenbus heißt das ist das glaube ich dann halt Totoro dann das Mondgesicht von Chias Reißes Zauberland dann Haku ja ich fand's so schön ne ob es irgendwann mein Bruder Schinke weiß nicht ob ich selber behalte keine Ahnung aber ich muss sie einfach fertig kriegen genau vielleicht nehm ich euch irgendwann auch mal mit wenn ich das noch weiter stecke aber es sind erstmal die äh Stickfelder dran die ich Karten mit euch mache genau so das ist das auf der Seite mach ich mal kurz einen Schluck trinken dann geht's weiter mit äh äh Ghibli der ist der Totoro hab ich nämlich auch noch eins entdeckt und ist gerade selber abgegangen warum auch immer so und zwar geht es um dieses Bild seht ihr das? ja auch sehr schön das ist auch mit gezählten Stoff das habe ich glaube ich auch mal bei AliExpress bestellt Druck ist auch sehr gut also auch die Anleitung meine ich jetzt ne könnt ihr mal kurz gucken seht ihr auch alles gut na ich sehe ganz viele Farben also sehr viele blau und grüntöne wunderschön und das Bild hat 38 Farben ja hab ich jetzt auch noch nicht zurücksortiert hab jetzt auch nicht so viel dran gestickt ich hab geguckt so so wäre es gar nicht keine Ahnung wann ich das mal angestickt habe aber ja viel ist nicht gerade mal da in der Mitte angefangen nicht viel mal gucken wann ich das mal weiter mache das ist ja auch ein sehr schönes Motiv mit gezählten Stoff so hab mir die sagt ja auch kopiert die Anleitung damit ich wenn ich es mal weiter mache mal weiter sticke so genau ich guck mal kurz was da noch für andere Stiche sind achso bei dem innen Totoro bei dem gezählten da sind dieser Kreuzstich Viertel und Dreiviertel Stich glaube ich Rückstich und French Knot glaube ich genau falls ihr das so wissen wolltet aber frage mich nicht wo das her das habe ich glaube ich auch noch mal ich weiß es nicht bei diesem Bild haben wir ich glaube nur Kreuzstich und Backstich also laut der Anleitung haben wir keine French Knotes ist auch nicht schlecht außer dass man halt hier ein paar Farben zusammen hat also hier dass man halt immer zwei Fäden nimmt ist ein 14 Count und hier zum Beispiel ist die 32 der Haare zum Beispiel zwei Farben und ja es sind mehrere Farben die man dann zwei Fäden steckt also mit zwei verschiedenen Farben es kommt auch sehr gut raus ja jetzt habe ich ja mein Geisha schon gehabt von diesem Lesezeichen das zeige ich euch gleich nochmal so erstmal alles wieder zurück so da so das ist das ja zeige ich euch erstmal das noch das gehört jetzt im Asiatischen ja soweit sind wir gekommen ne ich habe es gerade noch ein Stück Ständer ich habe es ja gesagt einfach Tuch genommen eingespannt und dann mit der Sicherheitsnadel dran gemacht damit ich mit euch besser sticken kann und das nicht mehr so in der Hand halten muss und sagt das kann schon so sticken also soweit sind wir ja gekommen letztens mal das seht ihr dann am Sonntag wie es dann weiter geht das mache ich nämlich dann spätestens morgen also am Donnerstag ich bin ja am Donnerstag meinen Eltern dieses Video hochladen für Freitag oder vielleicht auch schon Donnerstag mal gucken das werde ich in Deutschland sehen und ja Sonntag also Donnerstag spätestens Freitag werde ich dann dieses Video machen mit diesem Bild genau da seht ihr das dann auch weiter genau so kommen wir weiter mit Anime und zwar ist das ein Kissen wie ihr es vielleicht schon sehen könnt ist das ein Draper wenn ihr es sehen könnt und hier unten eigentlich ist eine ganz 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 kleine Shihiro ob die dann gut raus kommen wird weiß ich nicht aber hier ist halt so ein Stoff der ist schön weich und wenn man das dann stickt macht man alles auf sagt es bloß an drei Seiten zu und wenn man das stickt ist dann hier der Stoff finde ich auch nicht schlecht auf den ich nicht noch mal dran nähen muss man muss dann bloß gucken beim Sticken halt wie man dann durch kommt an den Rändern wird es ein bisschen schwierig sein aber ansonsten wird es gehen na ja hier ist der Draper hier unten habe ich mal von der ganzen Weile mal gesteckt hier unten ist halt alles nur kreuzig aber es sieht auch schon super aus ja könnte ich auch mal weiter stecken ja wenn man so ein Video macht weiß man gar nicht mehr was man eigentlich alles da hat ja und ich zeige euch jetzt noch mal das Motiv damit ihr es besser seht und zwar ist ein bisschen knass aber so soll es aussehen also hier ist eine ganz ganz kleine Shihiro die wird dann glaube ich nicht gut raus kommen aber ich denke mal der Draper oder Hintergrund ja das würde ich mal so selber dann hinstellen zum anderen Kissen die hier alle rumfläuschen genau also der Druck also wie gesagt die Abbildungen ist ein bisschen Platz das wird dann besser raus kommen sieht doch nicht so gut aus der Druck Anleitung ist okay man kann soweit gut alles erkennen wie ihr es sehen könnt aber bei Bedruckstoff nehme ich das selten dazu auch Seitenstoffe wirklich auch mal nicht erkennen ja und das Bild hat wie viele Farben Moment ich muss eine Anleitung hier ähm also es ist 195 x 195 Stiche und es ist 45 x 45 cm das Kissen und hat 36 Farben genau ja ja hier ist halt der Draper ja genau so das war das das war auch mal eine Kooperation also meistens war auch alles Kooperation und ähm sehr viele lila Töne hat's ja hier habe ich schon mal so einen anderen Gauenhalter äh 26 hat das 36 Farben wie viel hat das nochmal gehabt 36 Farben ja hier geht es noch bis 26 warum ich das nur ein kleines genommen habe keine Ahnung also wenn ich mal weiter stücke werde ich denke ich mal einen anderen Gauenhalter benutzen ja das sind jetzt paar Farben davon ja so pastellig und blau, grün, lila dann haben wir noch die anderen Farben hier sehr bunt sehr lila lastisch ja und hier sind halt dann die röstlichen Docken genau ja wenn ich das mal weiter machen werde ich das immer größere weil es ja doof wenn ich da bloß einen Halter aber die anderen sind dann auch woanders ist ein bisschen doof naja so das war das dann geht es weiter mit diesem Bild und zwar ist das Sailor Neptun und Sailor Uralos mit einem halben Gesicht aber ja so hier sind Garnhalter habe ich das glaube ich auch noch nicht angefangen hier noch mal angucken die ganzen Farben ja ist ja auch blau lastisch und rosa lastisch habe ich glaube ich auch noch nicht angefangen also noch die restlichen Farben hier drin ganz hier unten habe ich mal ein bisschen dran gesteckt ja immer mal angefangen aber ja ich versuche halt jetzt immer mal was zu Ende zu bringen aber so groß ist es ja würde ich denk mal also es ist auch elf Count ja elf Count ist es genau ja mal sehen ich fand alles so schön über Tiefe das ist auch noch von Aliexpress das weiß ich noch ich habe es mal selber gekauft jetzt muss ich es immer wieder rein kriegen so ach komm schon jetzt ich muss jetzt das mal rein stopfen so das ist drin so weiter geht es mit Anni ach hier ist noch ein klein Totoro ja Totoro ist cool also das die Anime schon mal gesehen so wir wollen mal gucken ob ich das euch zeigen kann das war glaube ich nicht so groß die Anleitung ja also sehr bunt ich weiß nicht ob ihr das erkennen könnt ich glaube nicht und zwar ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt der ist ganz ganz klein ja fand ich aber nicht so gut zeigen aber ähm ja es ist ein ja sehr groß ich hoffe auch mal eine Kooperation äh ja so groß ist es ne ähm ja ja es ist sehr fixfisch ich weiß es nur hier unten ist Puma D.A.S. dann irgendwo hier ist äh Bofi wer da noch drauf ist weiß ich nicht mehr ähm ja das Bild ist leider zu klein ich kann es euch leider auch nicht zeigen das ist auch 78 x 48 cm groß also es ist sehr groß ist auf Elf Couch Mützen weiß wer das Bild ist wenn ich es auch mal weiter stecke das ist vielleicht hier ne das seht ihr auch nicht so ruhig ne seht ihr auch nicht so ruhig ich weiß dass der roter Schengs noch dabei ist glaube ich hier ähm hier ist irgendwo dann ich weiß nicht mehr genau wer alles da drauf ist ja müsst ihr den weiter stecken dann könnt ihr es euch mal zeigen aber es hat auch ein Anime Bild ich mag Gewoon Peace und Puma D.A.S. ist ja mein Lieblingscharakter in diesem Anime da sie sind halt immer die ganzen Farben ja alles eingepackt und wir dann teilweise ich glaube es selber ach ne nicht selber sortieren ja es hat eine Anleitung wie es noch geht aber sehr viele Farben ja so viele Farben äh Stück Projekte und was du wieder auf dem Tisch? na na ja ja Tegu muss immer bei mir sein so dann habe ich noch was ich weiß nicht ob das auch eine Kooperation war keine Ahnung zumindest ähm ist das Sena Saturn genau dieses Bild Sena Saturn ist das sehr lang ist eine sehr lange Anleitung ja genau habe ich glaube ich auch noch nicht angefangen ja das ist ähm 143 x 100 ähm Stiche irgendwie und das ist das Bild das habe ich glaube ich auch noch nicht angefangen ne das habe ich diesmal noch nicht angefangen ja überhaupt ist das mein Stash oder das selber mal gekauft ich weiß es nicht mehr keine Ahnung aber jetzt ist das ja dieses Bild riesenlang könnte man auch als Tischläufe wahrscheinlich benutzen jetzt auch mal etwas aber ja Quatsch ich bin jetzt bei dass es die Tore auch nicht denn habe ich mich jetzt hingekommen und zwar habe ich einmal dieses Bild hallo dieses kleine Bildchen wo der glaube ich ein Rettich behandelt genau ich habe es schon mal eigentlich gestickt das habe ich auch meinem Bruder schon geschenkt und zwar ist das auch verdruckter Stoff zwar ein gelber gelblicher Stoff aber ja wird halt ist bloß äh kreuzstich und ich glaube Backstitch muss ich gerade nochmal gucken ähm genau kreuzstich und Backstitch und French Note ist auch noch dabei ja also so soll es am Ende aussehen ja du sagst du zeig es hier nochmal genau genau hier sind die Farben und das Garn dazu äh das Garn die Farben genau und eine Nadel dazu die ist auch ein bisschen dicker irgendwie sehr dicke große Nadel hm ja ich habe natürlich gesagt drei davon gehabt einmal das ich weiß gar nicht das war bei dem anderen ich glaube das andere war mit einer Melone gewesen was ich schon mal gestickt habe habe ich schon Ewigkeiten euch mal gezeigt und das stecke ich gerade wo der glaube ich ein Blatt auf dem Kopf fällt also das habe ich glaube ich so zum ähm Monatsupdate gezahlt genau dieses kleine Kerlchen und äh das sieht dann so aus na kleines Kerlchen ja der ist schon süß hier rein dann meine Tasche so das kommt zur Seite zack so haben wir es fast geschafft sind es noch vier Projekte so das sieht man nächstes mal ganz gut und zwar ist es dieses Bild und und wo jetzt bösewische sind also hier ist Detective Boys Conan Ai Haibara dann hier ist Eri und Kokoro dann hier ist Ran und dann daneben Chimichi dann einer von der dunklen Organisation hier ist auch noch jemand und hier ist Bourbon genau ja mal gucken wie es am Ende rauskommt so bei Elf Count das hat schon Aliexpress bestellt das weiß ich noch ähm Schluck Elf Count ja und 35 Farben hat es genau ja ich habe da noch ein mini mini kleines mal gestickt das weiß ich noch jetzt denke ich mal also so groß ist das Bildchen ja mal gucken wie es am Ende rauskommt aber ja ich habe da mal ein kleines Stückchen dran gesteckt genau ja es wird alle 14 Kaut ist das genau ja ich wollte mal von jedem Anime was ich gerne gefuckt habe die ganzen äh äh ja Bilder mal stecken sozusagen und hier ist halt das ganze Garn sehr bunt das ich mal kurz gesehen habe jetzt bleibt es hier irgendwo hängen naja naja ich muss auch mit rein gut so so dann das war auch mal eine Kooperation das war dieses Bild das ist auch so ein bisschen asiatisch äh äh ist 11 Kaut glaube ich ne ja hier ist nochmal die Anleitung also sehr fixlich sehr klein aber naja für das bunte Kreuzchen reicht's ich habe doch mal was angesteckt hier ganz ganz klein ja warum ich immer noch etwas anstecke weiß ich auch nicht äh ja sehr schön ne aber so groß ist es dann ja sehr rund so das sind die ganzen Farben dass man mal ein bisschen was seht ich dachte eigentlich ist das ein kurzes Video aber es wird doch ein bisschen länger ja dann habe ich dieses Bild auf der Aliexpress und zwar auch der Liv Conan mit Hedge und dem kleinen Conan Hechi natürlich ist da meine Lieblingsfigur aus diesem Anime ja gestickt habe ich es noch nicht habe ich jetzt noch nicht angefangen glaube ich so 14 Count genau sehr groß ist das groß oh mein Gott was tue ich mir da ein ja also es wird sehr gut rauskommen wenn ich das mal sticke also Hechi sieht man auch ganz gut da boah da habe ich mir das riesen Bild ausgesucht ich weiß es gar nicht mehr wie hätte ich gar nicht also wenn ich da mal dran sticke das dauert glaube ich auch ewig bis ich das mal fertig habe aber naja eigentlich theoretisch braucht man nichts mehr holen ich habe so viel es ist 68 x 88 cm oh mein Gott ja was noch mal dazu sagen ja keine Ahnung warum ich das Ries ich ausgewählt habe die werde ich echt lange dran stickelen wenn ich es mal anfange oh mein Gott so so und alles dann wieder meine Truhe so kommen wir zum letzten und zwar ist es mein größtes Stückbild falls das mal wisst was es ist denn es ist Sailor Moon auch eines meiner Lieblingsanimes gewesen das ist 1,50 m ungefähr ist das mein größtes Bild und ja ich passe gerade zu der Kamera ja soweit bin ich schon gekommen ich habe soweit immer eine Farbe gestickt und zu Ende gestickt also das blau das ist schon mal fertig oder dieses ja dieses ganz dunkle blau da sind ein paar ganzen Haare dran aber egal hier hat schon mal ein Gesicht angefangen von Sailor Moon und jetzt wenn ich mal weiter mache da wird dann hier einfach weitermachen und hier genau hier rüber dann stecken ne also hier weit bin ich jetzt gerade genau ja ein sehr schönes Bild ja mal gucken wenn es mal fertig wird das sagt eines meiner größten Projekte ach ja mal gucken so ich kann schon mal kurz sehen gucken wie es dann aussehen soll na na ja genau selom und Krupe halt im Mondschein wunderschön ja so das war's mit meinen ganzen Stück Projekten im masiatischen Stil so zu sagen und ich möchte euch noch was zeigen denn ich hab mal letzt gefragt ob es denn stramin stoff zu kaufen gibt ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich erst sowas haben habe es jetzt nicht so richtig entdeckt also hier von diesem Kreuzstich äh sind ja schon ein bisschen so Maschen ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt na halt wie halt jeder Stoff ist ne das sind halt wie solche Maschen aber ich hab noch was anderes entdeckt das finde ich jetzt auch ein bisschen besser und zwar hab ich Opa's tram hingeguckt äh diesen Stoff warte mal also ist jetzt gestoppt das ist ein bisschen Plastik Plastikstoff zum Sticken hab ich jetzt auf drei verschiedene also einmal dieses durchsichtige ne seht ihr die Löscher genau also auf 14 Count hab ich das gemacht ist auch biegsam ne kann man auch dann zuschneiden ohne dass es ausfranz weil das ist ja kein rutscher Stoff das ist auch so Plastik ja hab ich einmal dieses durchsichtige ich wollte euch nochmal zeigen mal gucken was ich damit mache ich wollte eigentlich so entweder Lesezeichen machen oder ähm so namensschilder machen für meine Kollegen eventuell also einmal habe ich diesen durchsichtigen Stoff dann habe ich den weiß ja also genösser Unterschied wobei es zwar weiß aus aber das ist ein bisschen durchsichtig und das ist weiß und dann habe ich ihn nur wenn schwarz entdeckt naja seht ihr auch die ganzen Löcher ja genau ja das wollte ich euch zeigen hab ich das sind durch immer zu 10 Blatt oder so glaube ich na also kann man sich zuschneiden wie das machen und ich habe noch was schönes entdeckt dann hab ich es auch schon mal gesehen und zwar gibt es da schon fertige Lesezeichen also nicht fertige Lesezeichen aber die sind halt so umstickt ja die sind halt so groß ähm ich glaube das ist 14 Count glaube ich äh ja ist halt schon umnäht man kann da draus was stecken da gibt es halt zweimal ein weiß dann zweimal ein rosa ja zweimal ein so minzgrün dann zweimal gelb zweimal dieses hellblau und zweimal lila ja alles in einem Set ja kam halt so in so einer Tüte an und es gab schon gar nicht dazu ob man die nutzt weiß man nicht hinten sind halt die DMC-Nummern drauf äh sind halt der Probe gar nicht denke ich mal es ist keine Anleitung wie man was stecken kann das sind halt nur Probe ähm dass man vielleicht freie Schnauze sich was stecken kann ich werde die aber höchsten zurücksortieren oder meine Freundin geben mal gucken auch stecken wir eher zurücksortieren oder so viel es ist immer es sind immer zwei Fäden also es sind immer so sechs es sind immer so sechs es sind immer so sechs Fäden gut abgeschnitten ist es nicht zum Beispiel ne hier sind ja warte mal grad zeige ich euch nochmal falls ihr es nicht wisst es sind halt immer so sechs Fäden so ein Strang und hier sind jetzt jeweils immer zwei Sechserfäden drauf also kann man mit nutzen muss man nicht ne hab ich gibt es auch komplett glaub ich in weiß ja wollte ich auch mal zeigen genau ja meine lieben das war's jetzt mit dem Video und ich hoffe es hat euch so weit gefallen und ja also das Video geht glaube ich in etwas über der Stunde glaube ich und ja als nächstes kommt ja dann wieder mein Kreuzstich am Wochenende am Sonntag ja ob das jetzt am Donnerstag oder Freitag online kommt dieses Video das weiß ich jetzt nicht überlege ich mir noch bis morgen einfach gehe ich erst mal ältern das ist dann nachmittags hochgeladen na gut eigentlich geht es ja schnell wenn ich im Treitag dort bin könnte es sein dass es 16 Uhr online kommt oder am Freitag dann mittags wenn ich es dann morgen vorab hochlade für Freitag ja das werdet ihr dann sehen und ja ich ruhe mich jetzt erstmal aus ob ich das Video heute schon anfangen oder spätestens dann morgen mache mit dem Kreuzstich für Sonntag und ja Katze guckt mich an ne das ist mein Zeug in Ruhe ja die muss halt immer noch dabei sein ne und dann werde ich dann spätestens Sonntag ja dann für nächste Woche schon vordrehen dann muss ich denke ich mal dann vor der Arbeit also wenn ich dann Nachtdienst wieder habe das nicht so vorab hochladen es sei denn es kommt noch irgendwas das ist dann vielleicht Samstagvormittag oder Sonntag ach keine Ahnung ja mal gucken wie ich es nächste Woche mache ob ich das auch mal vorab hochladen kann oder ob ich das dann doch in meiner Nachtdienstwoche machen muss irgendwelche Videos drehen damit ihr was habt ich möchte es ja keine Woche verstreichen wenn es nicht unbedingt sein muss ja ja das war es erstmal soweit und wir sehen uns dann am Sonntag wieder ich freue mich wenn ihr wieder einschaltet Tschüss